Loslassen ist ein aktiver Prozess und das verlangt Aufmerksamkeit. Was will ich loslassen? Um sich darüber bewusst zu werden, muss ich meinen Geist bewegen. Ich muss ihn aus der momentanen Situation herausziehen, aus den Wirbeln, die mich umgeben, die mich durchziehen. Ich muss ganz bewusst schauen, was will ich loslassen? Und dann kommt die nächste Stufe, nämlich was passiert, wenn ich etwas loslasse? Kann es sein, dass ich dann ins Nichts falle? Nein, wir können niemals ins Nichts fallen. Wir haben ja eine Seelenverbindung und diese Seelenverbindung wird sofort aktiv in dem Moment, wo ich loslasse. Wenn ich mich von all dem, was mich äußerlich verwirrt oder verunsichert, was mir Angst macht, was mich wütend oder zornig macht, wenn ich mich von all dem loslöse, dann komme ich in einen Zustand der Ruhe. Ich hatte mal eine Schülerin, die die Ruhe nicht aushalten konnte. Sobald es ruhig wurde, war sie aggressiv. Sie fing an, im Klassenraum herumzugehen, Dinge vom Tisch zu werfen, jemanden anzuschreien und sie kam auch zu mir nach vorn und wischte die Tafel. Ich sagte ihr, hör auf damit. Und sie konnte diese Ruhe und dieses Lassen, dieses Loslassen einfach nicht ertragen. Ihre Aggressivität machte sich sofort deutlich in dieser Ruhephase, mit der sie überhaupt nicht umgehen konnte. Möglicherweise kommst du auch in diesen Zustand, wo auf einmal negative Gefühle hochkommen. Die muss man sich anschauen. Dazu kommen wir in der nächsten Woche. Doch heute noch mal zum Loslassen. Ich möchte dir ein Beispiel geben, woran du erkennst, dass du ständig loslässt. Wenn du am Morgen ausgeschlafen hast, stehst du auf. Du verlässt den Schlafplatz. Du lässt los. Du lässt das Schlafen los. Und dann ziehst du dich um. Du wäschst dich. All das sind Momente, wo du aus einem alten Zustand in einen neuen gehst. Auf einmal bist du gewaschen und angezogen. Wie bist du in diesen Zustand gekommen? Immer, indem du etwas Altes loslässt und etwas Neues erschaffst. Wenn du dir darüber bewusst wirst, dass du das ständig machst, dann wird es für dich einfacher. Beobachte heute ganz, ganz genau, wann du etwas loslässt. Wenn du auf einem Stuhl sitzt und aufstehst, dann lässt du diesen Sitzplatz los. Du läufst und gehst woanders hin. Das kannst du ganz bewusst ausprobieren, indem du dich jetzt auf einem Stuhl setzt und aufstehst und merkst, wie leicht loslassen ist. Natürlich ist es einfacher, wenn du weißt, warum du aufstehst und was du jetzt machen willst, wie dein zukünftiges Ziel sein wird, wie deine Absicht ist. Mit diesem Video möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass Loslassen nichts Schlimmes ist. Und so geht es auch in Gedanken. Was einem Angst machen kann, sind zwei Dinge, nämlich sich darüber bewusst zu werden, was ich loslassen will und zweitens die Angst, was in dieser Ruhephase, wenn ich noch nicht weiß, was ich jetzt stattdessen möchte, passiert. Halt es aus, übe es mit dem Stuhl, übe es in jeder Situation, wo du etwas veränderst. Du wirst sehen, so schwer ist das nicht. Loslassen ist ein aktiver Prozess. Und damit verabschiede ich mich für heute, wünsche euch einen guten Tag und wir hören uns zu einem nächsten Video hier im Mentalen Fitness Center.